So meine Freunde, moin zusammen, ich grüße euch zu diesem Video. Ja, haben wir vielleicht heute schon den Tag, den Donnerstag, wo unsere neue Regierung festgelegt wird? Bekommen wir wirklich die Ampelregierung unter einem Kanzler Scholz? Wird es darauf hinauslaufen? Ich bin ganz interessiert und gespannt, ob und wie das Ganze ablaufen wird. Denn es sieht so aus, als würde es wirklich Richtung Ampelkoalition kommen. War ja auch meine Tendenz noch an dem Wahlabend oder Wahltagsüber vor der Wahl. Und es gab aber ein Auf und Ab und alles. Aber jetzt mittlerweile, und die Aussage finde ich von Olaf Scholz ganz interessant, hier heißt es in der Welt, Zitat, Ampel ist, Zitat, Wille der Bürger, sagt Scholz. Und da frage ich mich allen Ernstes, welche Bürger meint der Herr Scholz? Weil ich kann mich nicht entsinnen, dass man bei der Wahl irgendwie ankreuten konnte, wir wünschen uns diese Koalition oder jene. Das wäre mir jetzt gänzlich neu. Also sich so abgehoben auszudrücken, anders empfinde ich persönlich das gar nicht, kann ich nicht nachvollziehen, warum man denn so etwas überhaupt macht. Was hat das für einen Sinn? Also man kann ja dazu stehen und sagen, jo, ich bin fest überzeugt, das ist eine gute Sache, damit werden wir das Beste für unser Land machen. Ja, krieg dich nicht ohne gänzlich zu lachen raus. Aber wenn er dann daran glaubt, okay, nur eine FDP wird so viele Eingeständnisse in dieser Koalition machen müssen, weil natürlich Grüne und SPD eher einige Schnittpunkte haben als die FDP und dementsprechend natürlich auch oftmals überstimmen und alles werden. Und ein Lindner ist im Zugzwang und möchte unbedingt in die Regierung mit rein. Nein, das wird eine ganz heftige Nummer. So heißt es bei der Bild jetzt auch noch, Zitat, wird das eine Blitzampel? Warum es jetzt überraschend schnell geht, wo noch Stopp-Signale drohen? Und ja, es ist verdächtig. Also es waren ja auch meine zwei Theorien. Entweder wir werden jetzt hier ganz schnell, ganz kurzfristig eine neue Regierung sehen, innerhalb der ein paar Tage, habe ich das gesagt, nach der Wahl. Oder vielleicht auch kurz ein, zwei Wochen. Vielleicht läuft es jetzt wirklich darauf hinaus. Oder aber es wird Wochen oder mehrere Monate sogar dauern. Und es sieht aber hier nach Variante 1 aus, dass es darauf hinaus laufen wird. Gut, ich bin gespannt, die CDU hat sich gänzlich alles verbaut, ob absichtlich oder nicht, das wage ich nicht zu beurteilen. Aber ich kann mir sehr gut vorstellen, meiner persönlichen Einschätzung nach, dass einige Unionspolitiker die Informationen bewusstermaßen absichtlich an die Presse mitgeteilt haben, damit es in der Öffentlichkeit heißt, die Union hat was geleakt, nee, das möchten wir nicht, das geht gar nicht, klar. Und dass es dann darauf hinausläuft, nee, die anderen Parteien sagen, mit denen können wir nicht arbeiten. Das war gewollt von der CDU gegebenenfalls, könnte ich mir wirklich gut vorstellen. Um aus der Regierungsposition rauszukommen, in der Hoffnung, dass man in der Opposition eine gänzliche neue Strukturierung, neue Aufstellung der CDU schafft. Das ist meine Vermutung eigentlich. Ihr könnt aber eure gerne mal reinschreiben, kommt die Ampel, was haltet ihr von Scholz' Aussage und was haltet ihr von dem Verhalten der CDU. Haut rein, schönen Tag euch, bis zum nächsten Mal, ciao.